servus leute was geht ab mein name ist seranos und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play wo wotrk classic mit unserem paladin sotiria und ja liebe leute es ist einige zeit vergangen tatsächlich das video was ihr jetzt hier seht ist ja 12 wochen nach den letzten videos die ihr gesehen habt entstanden beziehungsweise ja was heißt 12 wochen ich glaube anderthalb jetzt oder so roundabout und ja ich blende mal das interface ein und dann seht ihr was sich ja schon verändert hat die meisten von euch werden es sich sehr wahrscheinlich denken können wir sind level 70 wir sind level 70 liebe leute wir sind warte ich schau mal ganz kurz am 24 9 level 70 geworden also es hat schon einige zeit in anspruch genug genommen und es hat tatsächlich auch länger gebraucht als ich es eigentlich erwartet hätte und das trotz des 50 prozent buffs was natürlich auch schon schon eine starke hausnummer ist und der 50 prozent hat schon sehr viel ausgemacht also man hat schon gemerkt dass man dadurch recht schnell unterwegs ist aber ja wie gesagt wir haben es jetzt endlich geschafft ich bin sehr froh dass das 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 ganze jetzt hinter uns gebracht wurde es hat sehr sehr viel spaß gemacht und ja ich benutze oder oder das video ist jetzt so ein bisschen anders weil jetzt hier kaum gameplay sehen werdet sondern ich benutze das ein bisschen so als vorbereitungs rückblickstalk auf diese ganze reise die jetzt da irgendwie dann im endeffekt stattgefunden hat und ja ich zeige euch einfach mal so ein bisschen den 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 charakter wie der so ist etc also wie gesagt das ist alles nichts besonderes weil die meiste zeit habe ich tatsächlich damit verbracht einfach zu questen zu leveln und ja konnte jetzt auch nicht großartig irgendwie noch berufe hochskillen und 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 wenn ihr das video hier sehen werdet ist watch a car bereits draußen wir haben jetzt den 26 in ja knapp zweieinhalb stunden launched watch a car ich werde jetzt nicht zum release anzocken können ich werde vielleicht kurz noch online bleiben und vielleicht kurz irgendwie nach nordend rüber fahren oder so aber jetzt um großartig zu spielen lohnt sich das nicht ich muss morgen leider auch wieder arbeiten sprich ich werde jetzt im laufe der woche immer mal wieder abends dann mal für zwei drei stündchen questen und spielen wo andere dann wahrscheinlich schon fast level 80 sind es geht ja doch schon immer recht schnell die ersten sind da ja immer recht fix wir machen ja so ein hardcore rennen daraus ja das kann ich leider nicht machen wie gesagt ich werde so zocken wie ich halt eben zeit habe werde halt die zeit die ich habe zum zocken werde ich dann halt auch in ww investieren also in vodka und ja es hat ja auch so alles gut geklappt ich bin mehr als früh genug sage ich mal der 70 geworden ich hatte jetzt zwar leider nicht so viel zeit um wie gesagt berufe noch zu skillen und und das wäre natürlich schön gewesen aber das ist ja nicht so als wenn man das nicht im endeffekt noch nachholen kann und ich meine ich glaube wir werden sehr lange was von bottle car haben ich glaube die expansion wird schon gute zwei jahre da sein mindestens so dass man davon ausgehen kann dass man mehr als genug zeit haben wird um alles irgendwie zu erfarmen zu erspielen und sich auch noch irgendwie twinks hochzuziehen und 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 na wie gesagt die meisten leute kriegen der mann halben herzinfarkt wenn sie nicht schnell genug sind ja aber wie gesagt mein tipp an euch genießt es einfach genießt die reise genießt das spiel genießt auch mal einfach die kleinen dinge rasch nicht durch einfach alles durch alles einfach so durch es ich weiß es fällt schwer tatsächlich habe auch versucht echt schnell zu leveln zu questen schnell zu sein ich habe auch wirklich mit jetzt redet der lichtkönig hier mal kurz rein ich lasse mal kurz ausreden habe mich gerade übelst erschrocken weil auf einmal fängt hier so jemand voll an zu schreien ne liebe leute aber wie gesagt was ich euch eigentlich in diesem video zeigen will oder worüber ich so ein bisschen mit euch sprechen will ist so ein bisschen die reise die dahinter steckt und einfach alles was damit irgendwie zu tun hatte aber ich denke mal die meisten von euch werden wissen wir haben auf einem fresh server angefangen also wir sind jetzt hier auf giant stalker aktiv in der gilde von einem guten darakai mit jetzt knapp 980 gilden mitgliedern davon sind jetzt 150 online und ja wir haben jetzt hier den 26.9 wie gesagt heute um 0 uhr mitternacht kommt bottle car raus und ja wir spielen hier unsere paladin wer es noch nicht mitbekommen hat und sind jetzt auf einem ja leveling gear stand also es ist ja echt alles nichts besonderes wir haben hier so roundabout würde ich tippen so ein item level von 100 ungefähr und haben ja hier die mounts ganz normaler greifen kriegs ross und streit ross und dieser wieder erwachte phasenjäger aus der aus der sieht lustig aus aus dieser dark portal pass erweiterung whatever wie man es auch immer nennen möchte und ja ruf habe ich jetzt auch nicht explizit irgendwie gefarmt hier bei den allianz fraktionen sind wir bei ein paar auf respektvoll aber wie gesagt da ist alles nur durchs questen irgendwie zustande gekommen fertigkeiten wie gesagt ich habe jetzt bergbau und ingenieurs kunst beide sehr sehr low ich bin mir immer noch unsicher ob ich in die ingenieurs kunst nehme ich hätte da natürlich schon sehr bock drauf eigentlich gerne ingenieurs kunst und juve aber ich glaube das werde ich mir alles nicht leisten können dafür spiele ich auch zu wenig dass ich mir das irgendwie auch gold technisch leisten kann das alles irgendwie zu bewerkstelligen ich glaube das wird nicht funktionieren dass ich mir das so hochkaufe und so deswegen halt eben der bergbau oder der bergbau beruf um das ganze halt auch irgendwie fahren zu können dann haben wir hier meine waffen skills werden immer mal wieder verschiedene waffen was wir nie hatten waren einheit waffen da sieht man hier aber ich habe auch kein tank oder sowas gespielt extra auch nicht aber dafür alle zwei hand sachen und so haben halt schon oben genau und ja das erstmal so zum charakter an sich gespielt sind wir auf retri wie man es vielleicht auch erkennt und wir haben mit der skillung hier den ganzen level weg bestritten wollten halt in endeffekt so schnell wie möglich auf den kreuzfahrer stoß hier kommen im endeffekt gilt man glaube ich hier fünf punkte in segnung dann habe ich die verbesserten richturteile gespielt dann hier dieses herz des kreuzfahrers dann kam hier fünf punkte in überzeugung nee dann kam zuerst die siegel des befehls dann fünf punkte in überzeugung dann kann mir streben nach gerechtigkeit dann hat man glaube ich runter gespielt in geheiligter kampf dann hier drei in zwei waffen spezialisierung rein dann kam geweihte vergeltung dann kam hier rache dann kamen zwei hier rein dann ist man runter gegangen und hat hier rein gesteckt danach kam also die kunst des krieges dann kam buße dann hat man hier fanatismus ausgeskillt und ich glaube dann kam nachdem fanatismus ausgeskillt war kam hier irgendwie ich glaube noch ein punkt hier rein in kreuzzug und dann hat man kreuzfahrer stoß geskillt und dann ging es halt quasi weiter runter logischerweise bis man letztendlich hier bei göttlicher sturm etc angekommen ist und hier hat man dann eben noch mal 15 prozent mehr stärke und hier gunst des hüters noch mal geskilled aber wie gesagt das ist jetzt nichts wildes aber auf jeden fall eine gute skillung so kann man gut leveln so kommt man gut durch und ja hat auf jeden fall sehr viel spaß gemacht das ganze auf diesem wege zu bestreiten wie gesagt berufe habe ich jetzt aktuell auf dem stand dass ich hier bergbau auf einem sehr sehr niedrigen level habe und hier ingenieurskunst auch noch mal hier auf dem level ingenieurskunst wäre eigentlich für mich deshalb interessant weil ich diesen beruf erstens noch nie richtig hatte in wo w also auch nicht in retail oder so ich habe den nie quasi hochgespielt oder irgendwie hochgefarmt oder so weil ich das also ich weiß nicht irgendwie irgendwie hat mich ingenieurskunst nie so gereizt ich weiß gar nicht warum weil ich immer das gefühl hatte das war nur so ein fan beruf aber ingenieurskunst hat echt coole viele vorteile und ist halt auch einfach cool weil man da auch so viele gimmicks und spielereien hat und 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 also es kann sich schon echt sehen lassen natürlich wäre sowas wie juve oder so dann nebenbei natürlich auch noch sehr cool aber ich glaube ohne bergbau werde ich mir das ganze gar nicht ermöglichen können dass alles irgendwie hoch zu leveln und 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 ja deswegen wie gesagt einfach da ein bisschen angefangen dass man so ein bisschen zu skillen ich werde gucken dass ich da vielleicht gleich eben noch ein bisschen weiter mache ein bisschen mehr skille und 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 ja aktuell haben wir 737 gold wir haben fliegen wir haben schnelles reiten aber was wir noch nicht haben ist der dual spec beispielsweise der fehlt uns leider noch wenn wir den haben werde ich auch auf jeden fall schutz killen und auch tank spielen oder sogar fokus auf den tank setzen zu wortel cover ich finde tatsächlich vielleicht sogar vielleicht sogar tank und hiel mit dem parlor und obwohl mir retri sehr viel spaß macht aber vielleicht wie gesagt sogar tank und hiel mit dem parlor und dann mit einem und dann noch mit einem anderen charakter einfach dann ja eine damage dealer klasse oder so dass wie gesagt ich muss mal schauen ich werde jetzt erst mal hier mit vergelter ganz normal leveln so wie sie es gehört und da werde ich einfach mal gucken wie gesagt ich habe dann eh vor wenn ich 80 bin halt hauptsächlich gruppen content zu spielen also ich möchte ich möchte wirklich dann eigentlich mein fokus auf pve legen natürlich aber auch pvp spielen weil das finde ich auch ziemlich cool aber da kann man ja auch als tank oder als hiel dann im endeffekt mitmachen das ist jetzt nicht die welt dass man dann sagt man ja muss dann als ja weiß ich nicht muss dann als retri damit gehen oder so das ist jetzt nicht der fall wie gesagt das ist so ein bisschen der der laufplan das werde ich mir dann im detail noch mal genau angucken wie es dann letztendlich wirklich mache reti retri ist ein sehr 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 cooler speck macht sehr viel spaß aber wie gesagt parlor hiel und parlor tank sind schon zwei sehr gute specks und da ich mich auf gruppen content und gruppenspiel ja fixieren möchte oder fokussieren möchte ist es glaube ich gar nicht so verkehrt dass ich dann da so ein bisschen drauf gehe und ja als als kleine flashback oder als kleinen rückblick für mich selber es war eine sehr sehr coole erfahrung auf neuen server anzufangen es war sehr sehr cool diese ganze level erfahrung noch mal mitzunehmen gerade mit dem aktuellen stand von wortel kam mit den talenten und 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 viele klassen wurden ja auch noch mal überarbeitet und ja es hat einfach unheimlich viel spaß gemacht tatsächlich muss ich sagen an der stelle das alles einfach noch mal zu erleben und ja ich kann es wirklich nur jedem ans herz legen und jedem empfehlen macht es auf jeden fall spielt wortelka klassik gerade wenn ihr es noch nicht getan habt gerade jetzt in der zwischenzeit zwischen dragonflight und 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 shadowlands jetzt glaube ich macht ihr damit nichts verkehrt wenn ihr wirklich einfach sagt ihr fangt mit dragonflight an und ihr ja ihr fangt mit dragonflight an genau ihr fangt mit wrath of the lich king classic an war wie gesagt das ist wirklich ein sehr sehr cooles spiel es spielt sich sehr rund viele klassen oder die meisten klassen sind sind ohne probleme spielbar das balancing ist sehr viel besser als noch in classic also in vanilla oder tbc und deswegen kann ich euch das nur wärmstens empfehlen und für mich ist es natürlich ohnehin einfach eine pure nostalgie reise sage ich mal wortelka spielen zu können einfach aufgrund dessen weil wortelka das addon ist mit dem ich damals selber angefangen habe wo w zu zocken und das addon ist was mir auch ja spaß macht und ja ich glaube ich brauche nicht mehr sagen bojeka ist und bleibt bei vielen 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 ww spieler eines der besten addons die es jemals gab aber wie gesagt alles hat so ein bisschen seine zeit und jedes addon hat auch seine vor und nachteile classic hat auch vieles was man heute so gar nicht mehr machen würde in dem spiel weil wie gesagt es ist halt ein eigentlich doch schon in dem sinne sehr 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 langwierig auch an manchen stellen und 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 deswegen macht es auch sinn wie gesagt da ja einfach beides auch zu spielen wie gesagt es läuft ja nicht weg wenn man ein abo hat kann man classic spielen wenn man ein abo hat kann man aber auch wortelka spielen beziehungsweise wortelka und eben dann shadowlands beziehungsweise dragonflight spielen werde ich fange ich an ein bisschen wirres zeug zu reden aber ja ja ich bin auch echt durch die letzte zeit war auch sehr anstrengend also wie gesagt das leveln kam nicht einfach so von ungefähr es war wirklich sehr anstrengend ich habe fast jede stunde die ich irgendwie hatte die ich zocken konnte habe ich daran investiert ww zu spielen und habe das in ww reingesteckt in ww investiert und 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 was ich natürlich nicht bereue wie gesagt zwar eine sehr sehr wirklich eine sehr sehr coole erfahrung aber was natürlich auch sehr herausfordernd war und ich habe es ja wirklich auch so gesehen nur kurz vor knapp geschafft weil ich meine jetzt drei tage vor release dann 70 zu werden ist jetzt auch nicht so dass man dann sagt oh das ist dann geisteskrank schnell gewesen oder so ne das kann man denke ich mal nicht behaupten es hat alles schon seine zeit gebraucht aber wie gesagt im endeffekt bin ich eigentlich ziemlich stolz darauf dass ich dass ich es hinbekommen habe dass ich es gemacht habe und ja ich freue mich einfach auf die auf die zukunft was da noch so kommt ich werde sehr sehr genießen wortel car zu spielen und ich werde natürlich selbstverständlich auch selbstverständlich auch dragonfly zocken gar keine frage aber ich werde beides immer so ein parallel ein bisschen spielen weil ich habe mir auf jeden fall vorgenommen in wortel zu raiden das wäre ziemlich cool wenn das funktionieren würde wenn ich reden könnte und ja das wäre ziemlich ziemlich nice und ja wie gesagt das so ein bisschen als rückblick zu meiner reise ich kann es jedem nur empfehlen ich hatte eine sehr schöne zeit und ich werde auch jetzt in zukunft noch eine sehr schöne zeit haben aber wie gesagt das level macht sehr 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 viel spaß und ja an der stelle kann ich einfach nur sagen daumen hoch cooles spiel cooles addon probiert es auf jeden fall aus und ich würde mich freuen wenn wir uns dann die nächsten tage in nordend sehen in wortel car und richtig gas geben können und die vorhut des lichtkönigs zurückschlagen können und ja ich würde mich auch freuen wenn ich da mal irgendwie was von euch höre gibt mir gerne ein feedback ne lasst gerne ein like ein abo da ein kombi da ihr wisst wie der hase hoppelt und ja teilt mir einfach mal mit was bei euch so abgeht was ihr so gemacht habt oder was ihr aktuell noch so macht das wird mich auf jeden fall sehr interessieren einfach allein schon dessen wegen weil ich das ziemlich spannend finde immer zu sehen auf was für ein stand andere leute sind und ja deswegen liebe leute jetzt höre ich mal auf zu laufen ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs zuschauen und ich entschuldige mich in dem sinne auch für dieses ja etwas sehr unstrukturierte vorgehen ich habe wie gesagt nicht viel zeit zum spielen gehabt und die zeit ich hatte habe ich wirklich dafür genutzt um intensiv zu leveln dementsprechend kamen natürlich auch wirklich sehr unregelmäßig videos beziehungsweise auch einfach sehr zusammenhangslose videos weil ich glaube das letzte video was ich jetzt hochgeladen hatte war wo wir eine gruppensuche gestartet haben für zolfarag und am ende habe ich auch gesagt dass ich zolfarag aufnehmen werde und was war dann im endeffekt ich war in zolfarag drin und habe vergessen die aufnahme zu starten und habe dann einfach gar nichts aufgenommen und habe dann einfach zolfarag so durchgespielt ohne dass ihr da irgendwie bei wart oder so ja was mich jetzt im endeffekt aber oder was ich im endeffekt jetzt auch ein bisschen blöd findet aber wie gesagt ich hoffe ihr seid mir da nicht böse und ich würde mich sehr 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 freuen wenn ihr in zukunft am start seid lasst gerne ein abo da ihr unterstützt mich damit sehr und ja ich freue mich auf das was noch kommt und wie gesagt ihr wisst youtube ist immer nur noch mein hobby und mir macht spaß und deswegen hoffe ich dass ihr mir da auch verzeihen könnt wenn irgendwie mal doch unregelmäßiger was kommt beziehungsweise wenn es vielleicht auch ein bisschen kleines chaos ist oder so wie gesagt ich bin teilweise oder kann teilweise auch ein chaoten person sein deswegen liebe leute ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs zuschauen ich wünsche euch nur das beste und viel viel spaß in wotwk habt fun genießt die zeit und ja wir sehen uns dann in nordend liebe leute macht's gut hau da rein ciao